Wenn Sie einmal tanzen gehen und eine Kesselssohle drehen, denken Sie nicht erst am Schluss an den Kragenmusikus. Er spielt für Sie die ganze Nacht. Alles das, was Freude macht, rufen Sie den Wirt heran und sagen Dank. Geben Sie den Mann an Klavier, noch ein Bier, noch ein Bier. Sagen Sie eben, sehr von mir, sehr von mir, sehr von mir. Springen Sie an mir, mir dafür, mir dafür. Das Lied von einem Klavier, dann kriegt er von mir dafür noch ein Bier. Das Lied von einem Klavier, dann kriegt er von mir.